...Strike-Related Fragen stellt und auch den Analyse-Desk, die Analysten, die Fragen stellen lässt. Und wir dann so ein kleines Hype-Interview mit Pala am Anfang haben. Ist auch nicht verkehrt, aber man kriegt immer wieder einen Einblick in die Taktik oder wie die Spieler eben denken und wie die Teams auch denken untereinander. Also bei Cloud9 auch sehr interessant, dass da viel Input für Stewie auch kommt von anderen Seiten, von anderen Spielern. Ja, und das heißt, man baut sich jetzt bei God's End auf der T-Seite, wo man auch startet, baut man sich vor B auf. Und man hat ziemlich viel Equipment dabei, könnte auch ein schneller Execute werden. Was hat man dabei? Zwei Molotovs, eine Smoke, zwei Flashbangs. Ja, man contacted vor. Also interessant wäre auch ein Fake gewesen mit zwei Molotovs unten. Das Risiko ist einfach zu hoch, da unten in den Raum dann einzünden. Dann lieber mit zwei Molotovs gegen den Spot arbeiten und eine Smoke Richtung Z schmeißen. Und dann versuchen bei God's End schnell die Räume einzunehmen. Da muss man auch mit Skadoodle nur kämpfen. Das könnte jetzt der Vorteil von God's End sein, hier schnell in eine gute Afterplanet-Position reinzukommen. Ja, Skadoodle wurde auch angeflägt, weiß natürlich, was los ist. Bereitet sich schon vor, schöne Flash von ihm, um Automatic den Kill zu ermöglichen. Und es geht auf den Spot drauf, die Bombe wird gerade gelegt. Aber God's End konnte nicht ganz so viel vom Spot einnehmen, wie sie gerne hätten. Die beiden Spieler müssen jetzt langsam schauen, dass sie auch die Bremse anziehen. Aber Disco-Doplin sneakt sich in den Connector rein. Die haben ihn aber gesehen und jetzt konzentrieren sie ihn. Konzentrieren sie sich natürlich auf ihn. Nachdem der das mit dem Hedgehog gegen Pronax und Twist versucht erstmal noch Stewie aufzuhalten. Das geht aber nur ganz kurz. Dann ist er down und auch Schneider fällt. Ja, was war denn mit den Molotovs? Giebicht. Cloud9 hat zu konzentriert, gere-take. Die Molotovs waren für die Katz, ne? Sozusagen. Naja. Dann halt keine Molotovs. Schade. Ja, also ich hab zumindest... Hätte mich über ein bisschen Feuer gefreut. Also, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich hab keinen gehört. Ne. Die Molotovs waren in dem Fall, ja, eigentlich nicht wirklich vorhanden. Naja, dann halt keine Molotovs. Wäre schön gewesen. Ich hätte gerne ein bisschen Feuer gesehen. Ja, vor allem, kaufst du die Mollies für ein Afterplan. Und dann haben sie, also, zwei Spieler im Spot stehen, zwei Spieler außerhalb des Spots. Mhm. Und von hinten kommt einer, der sie überfährt. Und von vorne kommen sie und überfahren sie natürlich auch. Also, wenn du dann zwei Mollies hast, dann kannst du die Bombe wirklich sehr schön vom Fuß abhalten. Ja. Und dann stell dich doch einfach in die Idee Always zu viert rein. Und dann wäre Stewie auf jeden Fall gere-fragged worden. Die Mollies wären auch immer noch zur Verfügung gestanden. Und bis sie Upper pushen, dauert es ja auch. Da kannst du dann auch immer noch traden. So, fünf Smokes. Fünf Smokes sind bei den T's mit in der Hand und die werden versuchen, auf dem A-Spot zu planten. Vielleicht schaffen sie das diese Runde. Wäre finanziell gar nicht so verkehrt für sie. Natürlich können sie so oder so nächste Runde kaufen. Aber es würde ihnen den Ball doch erleiden. Jetzt geht Twist down. Das war der Wallbang von Automatic. Schön, dass der Observer nach dem Kill wenigstens noch hingeschaltet hat, um zu zeigen, dass es wirklich auf der Wallbang war. Vier gegen fünf. Für Cloud 9. Nothing. Lässt sie gar nicht zum Spot kommen. Sehr schön. Double Kill für ihn. Stewie push einfach noch mit rein. UMP gibt es für ihn und Automatic klaut ihm den Kill. Sehr gut gemacht von Cloud 9. Da war wieder so ein Plan dabei von Godsin. Das hat man immer wieder auch auf Overpass gesehen gegen Dignitas und auch auf Train gegen Mouseboards, dass der Plan da ist. Aber in der Ausführung und Umsetzung, da scheitert es manchmal. Ja, sie haben genau das gleich Problem wie gestern gegen, ähm, sehr schöner Frack da von Automatic. Äh, sie haben genau das gleich Problem wie gestern gegen Mouseboards, dass es halt, ja, taktisch gut ist, aber, dass sie halt manche Duell nicht gewinnen und Stroud geht hier direkt vor und Stroud macht zwei. Oh, das war ne gute Flash-Automatic auch am Aiming on Point. Der nimmt hier einfach mal die Mitte komplett alleine auseinander. Also, da brennt gar nichts für Cloud 9 an. Und war das, was war das für ne Waffenrunde? Da ist, ja gut, ne, machst du halt nix, ne? Du hast die Aggression ja angesprochen, Jitko, als wir drüber geredet haben über die beiden Teams. Cloud 9 pusht da rein. Sie haben auch gesehen, wie viele Probleme Godsin dann bekommt, wenn sie aggressiv gepusht werden. Aber Stroud darf da nie und immer zwei Kills machen. Ist egal, wie gut er da reinflasht. Da sehe ich schon wieder ganz große Lücken bei Godsin. Das ist zwar erst die dritte Runde, aber ehrlich gesagt schauen sie schon wieder so, so zerstreut aus. Genau, zerstreut trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich fand es taktisch wieder nicht schlecht, aber das war halt individuell, ich war stark von Cloud 9 gespielt, dass Stroud da ne gute Flash wirft oder bekommt. Und Stroud hat hier richtig Bock heute, ja. Der hält da auch ohne Problem jetzt den Bereich sauber, Nothing deckt die Mütter, Automatic wieder vorne Richtung Popdog. Und dann sitzt einfach das Aiming, das eben von Automatic, die drei Fracks, die waren halt sehr geil. Muss man einfach sagen, das war super solide geaimt. Und hier, die Runde wird es auch nicht schwieriger für sie. Scheint sogar die Flawless zu werden. Ja, und dann hat Cloud 9 so viel Kohle in der Hand. Die haben jetzt noch 6000, 5000 und sowas. Und nach dieser Runde werden sie noch mal Kohle drauf kriegen. Ja, das nur holt sich Stewie. Ist noch nichts angebrannt, der hat auch keinen Armor. Mit der Flash kann er auch nicht planten. Ja, da schaut er ganz kurz weg und Automatic piekt raus. Cloud 9 mit nur einem Verlust. Also sie könnten ja jetzt auch ne AWP kaufen, zum Beispiel für den Gadoodle. Der könnte Stewie die MP7 geben und genau das passiert auch. Vielleicht kaufen sie auch ein M4 für Stewie. Ja, bisher ganz solide von Cloud 9. Gute CT-Seite. So, da gibt es nochmal ans Gesicht. Aber es ändert natürlich sich an der Ausgangssituation. Da verlieren ein UMP. Und was ist ein UMP? Nix. Ja. Da wird nachgekauft einfach. Fertig. So, und das heißt jetzt bei Cloud 9, nächste Waffenrunde für Godsend. Und direkt mal gegenhalten. Dopplern wird da hochgeboostelt. Ich will natürlich irgendwie den Momentabwand vielleicht da einzubekommen, und der auf die Box hochspringt. Snyder gewinnt das Red. Der hat noch 19 AP. Twist noch und 21. Also Cloud 9 verliert zwar einen Spieler. Snyder und Twist aber absolut low geschossen. Und Twist, der ist komplett da rausgenommen. Er kann nicht mehr nach vorne gehen. Der hat auch kein Support-Equipment mehr. Damit fast ausgeschaltet. Äh, ausgeschaltet. Die jungen Schweden hier. Und das war gut von Stewie. Das war sehr, sehr gut. Wenn sie schon den Fack nicht bekommen haben, zumindest den Schaden verteilt. Trotzdem hat Godsend noch den einen Spieler mehr. Und den können sie trotzdem noch irgendwie ummünzen. Sie zeigen sich aber jetzt schon auf B. Und Cloud 9 hat sich vorbereitet. Zwei Spieler stehen schon am Pop-Doc. Sie müssen vielleicht aufpassen, dass der B-Spot nicht allzu schnell fällt. Deswegen zieht sich Skadoodle ein kleines bisschen weiter zurück. Und man sieht schon, Skadoodle zieht sich noch weiter zurück. Cloud 9 stellt sich auf diesen B-Push ein. Ja, Skadoodle findet jetzt aber nichts mehr. Sieht niemanden. Und dementsprechend Cloud 9 am Zweifeln. Es ist wirklich der B-Go. Ja, das werden sie jetzt erfahren. Skadoodle schießt da wieder vorbei. Es ist jetzt nicht das Beste von Skadoodle an der AWP, was wir hier sehen. Und Godsend versucht hier direkt die Räume einzunehmen. Vielleicht auf Close ist es ein bisschen erfolgreicher, die AWP bei Cloud 9. Aber Stui ist dann von vorne und Stui macht ein. Er kommt dann nochmal runter. Er kann korrigieren für den zweiten Reich, aber nicht. Snyder macht den Backstep. Oh, da werden sie ein Problem bekommen bei Cloud 9, weil sie keinen Fokus auf das Zett haben. Und jetzt kommt Snyder in die Flank rein. Dopplerin gewinnt das Duell gegen Automatic. Und die Runde ist vorbei. Godsend schafft es hier, auf B drauf zu kommen, die Runde für sich zu entscheiden, plus nur einen guten Backstep durchzuführen. Und das ist eine verdiente Runde für die Schweden. Ja, der Backstep einerseits und andererseits, dass Skadoodle beim unmittelbaren Go von Godsend nichts getroffen hat. Da kann Disco-Doplin von oben einfach die Frags machen, bis Skadoodle dann endlich dagegen arbeitet. Aber das ist schon viel zu spät gewesen. Das war ja dann der vorletzte Kill der Runde. Da erwarte ich mir von dem AWP-Spieler auf B mehr. Und das weiß Cloud 9 auch. Und das weiß Skadoodle auch, dass er da den B-Spot länger verzögern kann und damit seinen Teammates auch mehr Zeit gibt, von hinten zu kommen. Ja, man tauscht jetzt auch die Position. Das heißt, Skadoodle nimmt jetzt hier die Rampe. Oh, der muss auch mal. Smolthoff kommt rein. Schönes Backup von Skadoodle. Diesmal on. Boy, Stewie kommt nochmal raus. 6 HP noch auf dem Konto. Oh, und die Smoke. Er geht mit Reeper herum, will den Schuss setzen. Das war nicht schlecht. Skadoodle hätte treffen müssen. Jetzt ist es Dopplan, der hier abräumt. Also, die Runde geht gar nicht auf. B, eine Riesenlücke. Ein bisschen verzettelt von Cloud 9. Und Skadoodle trifft wieder seinen AWP-Schuss nicht. Das ist zu wenig von ihm an der AWP. Okay, eine schöne Anpassung von Godzin. Ich habe vor dem Spieler noch darüber geredet, wie wichtig es ist, sich auf den Gegner einzustellen. Und God B, also God B hat es auch gesagt im Interview, da sieht man, dass Godzin auf A jetzt nicht erfolgreich gewesen ist in den ersten 3, 4 Runden und sich dann auf B verlegt. Da kommen sie das erste Mal gut drauf, machen es gleich nochmal und dann kommt es wieder drauf. Und jetzt ist Cloud 9 in der Bredouille. Einerseits ist es ihr letzter Buy vor dem Save. Wenn sie, ja, sie werden auf jeden Fall kaufen. Aber sie wissen jetzt nicht genau, was Godzin gleich spielen wird. Gehen sie vielleicht wieder B. Oder faken sie B und gehen dann A. Oder spielt Godzin wieder einen ganz normalen A-Go und schaut einfach mal, um die Balance zwischen den beiden Spots gleich zu halten. So, Cloud 9 mit einem starken Start. Aber wiederum kamen wir nach der ersten Waffen, unter der zweiten Waffenrunde kam bei Cloud 9 nichts mehr rum. Man versucht diesmal etwas offensiver zu spielen mit Stewie, versucht ihn auch vorzuschicken. Tauscht jetzt auch komplett die Position, also reagiert drauf. Man stellt der Automatic auf B ab und dafür Skadul auf A. Und das ist eigentlich eine gute Entscheidung. Also, ich finde es sehr gut, dass Cloud 9 früh auf Schwächen reagiert und früh versucht, die Position zu tauschen. Also, es ist gut reagiert von Cloud 9. Skadul hat sich gerade absolut gar nicht wohlgefühlt an der AWP in der Position. Und das ist schon okay. Also, man sieht es auch ein bei Cloud 9, bleibt nicht nur auf einem Positioning oder auf einer Verteilung stehen. Finde ich schon ganz gut, jetzt von Cloud 9 reagiert. Man lässt Stewie 2K jetzt alleine B decken. Er hat frühzeitig Backup bekommen, auch sehr, sehr viel Information, dass von B erst mal hier nichts ist. Und teilt sich jetzt komplett neu auf. Automatic nimmt jetzt auch wieder die alte Position ein. Und jetzt tauscht man wieder zurück. Das war jetzt nur so ein Anfangsding, was man da durchgezogen hat. Und Twist bekommt mit dem Boost sogar Nothing raus. Damit bröckelt es wieder. Skadul zieht auch direkt schon Richtung Z rüber. Man hat immer noch Automatic da stehen. Und Automatic kann hier sehr wichtig werden in der Position. So, der bleibt sogar noch da unten stehen. Also, das Backup hat er noch, dass er nicht rausgepickt werden kann. Dann soll wohl wieder Richtung B gehen. Hat ja die ganze Zeit gut geklappt. Never change the running system. Plus man schickt wieder Prodex diesmal über die Position. Richtung Z. Ja, vielleicht kann er nochmal Auswirkungen auf die Runde haben. Vielleicht muss er auch gar nicht. Leckrow ist sehr cool, aber Automatic. Der Spray gerade noch so auf Dyskodoppeln gebracht. Verliert aber er ist dauerlich in der Verteilung. Verrät sich früh, kriegt trotzdem den Kling gegen Schneider. Und dann noch gegen Leckrow. Der Zweite war viel wichtiger noch. Der Refrag sitzt, aber die Runde ist vorbei. Die Zeit läuft aus. Pronox hat sich ein bisschen verschätzt im Time Management. Und Cloud9 spielt den D-Spot gerade wieder besser. Das wird Godzend eine Lehre sein. Und wir kommen in eine sehr interessante Phase dieser Halbzeit. Cloud9 hat nicht besonders viel Geld. Das gleiche gilt für Godzend. Und gleichzeitig hat Godzend kein Rezept mehr, um Cloud9 aus der Balance zu bringen. Im Moment sind die Amerikaner wirklich in Kontrolle wieder. Das war mega stark und zu viel gespielt, weil er einfach auf Zeit gespielt hat und ne Müll. Er hat sich nicht den Spot gezeigt. Die wussten aber nicht, dass er zurückgezogen ist. Und haben das Eck nicht gecheckt. Das war der Fehler. Die hätten die Ecke checken müssen, dann das Duel rausnehmen. Und dann wäre die Runde offensichtlich groß. Keine Zeit mehr für Pronox da irgendwie noch großartig einzugreifen. Zum Glück für Cloud9 haben wir uns wieder zu staken müssen. Und Godzend wäre er beim 4 zu 4 gewesen. Du bist aber mit einem wichtigen Refrag gegen den Popdog, gegen Skadoodle. Diesmal steht da nicht Automatic. Also wieder interessante Justierung von Cloud9, die sich anders aufstellen. Automatic ist jetzt der Connector-Spieler. Und wir haben Stewie schon aggressiv in den B-Hallways gesehen. Das hat er in der vorigen Runde gespielt, wurde aber nicht gesehen. Deswegen kann er es auch noch mal machen. Ohne Probleme. Es wäre immer noch neu für Godzend. Und gleichzeitig hat er die ganze Info. Ja, und er wird so wieder positioniert, dass er offensiv fällt. Damit kann Automatic drüber ziehen. Und Stewie weiß ganz genau, dass da oben einer steht. Und hat auch Gap gesehen. Schießt aber nicht, verrät sich also nicht. Und er weiß, dass einer unten ist. Das heißt, er wird jetzt drüber schlaufen und versuchen den Refrag zu machen. Den bekommt er auch mit 4 mickrigen HP. Also da gut von Stewie2k reagiert. Und einfach wieder zurück. Also es war gut gemacht von ihm. Auch, dass er nicht geschossen hat. Dass er den einen auch der Gap gesehen hat. Sondern einfach nur callen. Und abwarten, ob da irgendwas runterkommt. Also es war gut gemacht von ihm. Und da gibt es direkt von Automatic oben das Backup. Und die Runde ist so gut wie vorbei. Also Cloud9 findet wieder gut ins Spiel rein. Findet auch viele einzelne Duelle. Wie der Taktik nicht schlecht von Gottsend gespielt. Aber die einzelnen Duelle, die man halt an den Chokepoints verliert, die waren nicht das gelbe Vorweih bei Gottsend. Ja, schade, ne? Wenn Schneider jetzt die Waffe savet, haben sie die AK in der nächsten Runde. Sie sollten aber ansonsten saven, damit sie danach wieder kaufen können. Mit einer AK wird Gottsend hier nichts anfangen können. Sie machen einfach nicht den Eindruck, als hätten sie... Als hätten sie irgendwas zu sagen hier. Die zwei Runden, die waren gut gespielt. Aber das war beide Male der B-Go. Den hat Cloud9 jetzt sehr gut gecountert. Und damit ist Gottsend ratlos. Was sollen wir spielen? Kistengang würde ich jetzt mal machen. Haben sie zumindest noch nicht gemacht. Da hast du auch immer noch die Option, wenn du komplett crazy bist, auf E durchzurotieren. Das haben wir auch von Mouseboards gestern gesehen. Und das hat wunderbar geklappt bei denen. Also vielleicht ein bisschen mehr Kistengang-Dynamik. Ja, sie haben schon einen Plan. Die müssen halt nur gemeinsam ausspielen. Sie dürfen nicht einzeln die Duelle suchen, weil dafür sind sie individuell gerade nicht auf der Höhe. Beziehungsweise ist Cloud9 einfach überlegen in solchen Situationen. Und ja, sie müssen entweder zu zweit den Kistengang holen, zu zweit B oder zu zweit Popdog oder zu zweit die Mitte. Weil ansonsten geht das nichts. Aber jetzt heißt es eher erstmal hier in so einen Forceball reinzugehen. Snyder, wie ich von dir schon erwähnt, der einzige Spieler, der eine AK hat. So und bisher muss man nicht großartig was machen. Man tauscht jetzt wieder die Positionen und setzt Skadoodle auch wieder an der AWP. Aber der gefällt mir bisher noch gar nicht. Also Skadoodle ist noch nicht im Spiel drin. Sei es an der Rifle, sei es an der AWP. Ja, solange es funktioniert, kann er da noch chillen. Es ist trotzdem immer bitter, weil das waren schon sehr wichtige Sachen, die er dann da nicht entscheiden konnte. Die eigentlich hätten nicht müssen. So, jetzt geht es für Godset hier Richtung Spot Stewie. Oben auf der Box wird nicht gecheckt. Die Flash kam gut, aber Snyder macht den Frack. Schaden wird trotzdem verteilt. So, Skadoodle auf der Jagd nach dem Schuss. Thronex ist da irgendwie durchgekommen. Ich glaube, Nothing hat ihn gehört. Dann wird jetzt nochmal die Position getauscht. Thronex wartet ab wie ein Kürt. Das bringt ihm aber nichts. Nothing steht bereit. Ja, vielleicht sollten wir hier nochmal ein bisschen länger warten. Jetzt kommt nochmal ein aus dem Connector. Den haben sie vielleicht weniger auf dem Schirm. Das ist auch nicht mit. Oh, was macht Twist denn da? Ja, den hätte er im Schlaf gemacht, in jedem anderen Spiel, außer in den anderen drei Spielen, die Godset gespielt hat. Also, ich weiß nicht genau, was mit Twist los ist gerade. Der spielt weit unter seinen Möglichkeiten. Genauso auch wie Leckrow eigentlich fast wie jeder aus Godset. 1-1-7 ist jetzt auch nicht gerade ruhmreich für Thronex, aber der hat seine Hände voll zu tun mit dem Ingame-Lieden, dass er zumindest gerade versucht, Godset auf den grünen Zweig zu bringen. Ja, Cloud9 individuell einfach auch stärker hier. Und ich würde mich ja echt auf eine Partie freuen, eigentlich, oder ich hätte mich gerne auf eine Partie gefreut, Mauskos gegen Cloud9. Ja, auf jeden Fall eine Nettpartie gewonnen oder Penta gegen Cloud9, um einfach mal zu sehen, wie Cloud9 auf dem Level spielt. Ist ja auch noch möglich. Äh, nee. Ja gut, doch, ist es. Es ist noch möglich, doch. Also, einer von den beiden. Der eine ist ja schon weiter. Stimmt. Ja. Klar. Gucken wir mal. Vielleicht wird es ja noch was. Hm. Auf jeden Fall. Und außerdem ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Godset kann auf der CT-Seite auch nochmal aufschließen. Es ist Train. Es ist CT-lastig. Ich glaube, das brauche ich nicht betonen. Das weiß jeder selber. Auch wenn es T-lastig sein kann, wenn man sie in den Mandelstuhl bringt, normalerweise eben eine CT-lastige Map. Und 7 zu 2 ist noch kein Beinbruch. Ja. Ja, ich finde es auch gut, dass Cloud9 da weitermacht, wo sie halt auch im letzten Turnier waren. Und das war die CT-S. Die Damen, der leider ihr Sommermärchen verpasst, so ein bisschen. Nach guter Leistung, muss man halt auch sagen. Also, Nothing und Co. wollen hier nochmal den Angriff starten. Jo, Skadoodle, läuft bei dir. So, einmal am Vorbeigehen. Walk by. Und ich finde es ganz schön, wenn Cloud9 endlich ihren LAN-Flug abschütteln kann. Aber das haben sie auf der ECS schon einigermaßen gezeigt. Also, für Cloud9 kann es nur auch back aufgehen. Ja, meistens kommt nach einem Hügel ja auch wieder eine Talfahrt. Das ist vor allem bei Cloud9 immer wieder der Fall. Die hatten auch letzten und vorletzten Sommer ein paar gute Turniere. Das hat aber dann auch nicht gereicht für ein konstantes Mitspielen an der Weltspitze. Wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja jetzt, konstanter mitzuspielen. Stewie zeigt zumindest, dass er wirklich individuell immer wieder seine Leistung bringt. Egal, was passiert. Ja, und man sucht bei Gottsend neue Alternativen, hier irgendwo eine Lücke zu finden. Ja, sie wird gerade festgefahren. Ich weiß nicht, sie kommen auch nicht wirklich auf den Spot drauf, finden keinen Weg. Wie gesagt, sie müssten irgendwas zusammen versuchen. Ein Pärchen rumlaufen, Refrax holen. Wie sowas in der Art. Aber dieses sehr langsame Spiel und hoffen, dass sie einen Cloud9 da irgendwo reinhören hat, ist viel zu riskant. Weil die müssen an jeder Ecke damit rechnen, dass irgendwo ein Stewie 2K mit einem 360-Grad-No-Scope aller MLG um die Ecke kommt. Jetzt übertrieben gesagt, ja. Das war doch keine Übertreibung, Jettgo. Klar geht er nicht mit dem No-Scope im 360-Grad durch, aber Stewie 2K ist halt unberechenbar. Genau wie Automatic. Der steht halt an jeder Position. Teilen sich halt wieder neu auf. Jetzt steht Automatic oben Richtung T-Main. Der Doodle steht drüben. Und man hat Nothing in Position aufgestellt, dass der einfach nur defensiv Richtung Pop-Doc kommt. Ja, und damit steht Stewie 2K jetzt diesmal an der AWP. Also man spielt jetzt die Doppel-AWP und Stewie scheint auch viel souveräner hier an der AWP unterwegs zu sein. So, mal gucken. Der piekt sogar rum. Blödes Timing für ihn. Wechselt nochmal die Position. Ja, und da ist der Frack. Schön gemacht. Und klar, dass ich jetzt auch noch einen anderen Frack. So, trotzdem, wie erwartet. Hilflos, ratlos und rundenlos, zumindest weitgehend. Und von Dronax erwarte ich mir mehr. Ich erwarte mir von Schneider und Swift mehr. Von Lechow auch. Gleichzeitig erwarte ich mir auch von Skadoodle, dass er besser spielt als sein Secondary-Arts-Obspieler. Also, der hat auch noch nicht so wirklich ins Turnier gefunden hier. Er macht seine Fracks, aber es ist halt das Ding an der AWP. Schön, der Frack da von Stewie. Es ist halt das Ding an der AWP, hat er bisher hier in dem Match noch nicht überzeugt. Auch in dem Turnier hat er doch ein bisschen hinter seinen Erwartungen. Da muss einfach mehr kommen von der Main-Obs. Fracks an der Rifle reicht noch nicht. Im Endeffekt kann man es gut bei Cloud9 abfangen, weil halt auch Stewie AWP spielen kannst. Ja. Und auch Shroud könnte zum Beispiel, wenn er Bock hat. Ja. Rank S ist er doch immer wieder ganz gut. Dieser Sarkasmus. Mal wieder. Warte ab. Ich lache dich aus, wenn Cloud9 mal einen Major gewinnen sollte. Wer weiß. Halbfinale ist drin. Dann ist mein Bart aber lange nicht mehr blau. Dann wird er auf jeden Fall grau sein. Nee, dann wird er blau für Cloud9. Dann färbe ich ihn mir wieder, okay? Ja, okay. Dann ist er so grau, dass ich ihn mir färben kann wieder. Ja, mal gucken. Also, wenn Cloud9 jetzt aus dem Major schaffen sollte und sie spielen genau die Leistung, die sie jetzt abrufen, dann ist so ein Halbfinale schon drin. Wer weiß. Du weißt, dass Astralis, SK, Baze, D2, ich wahrscheinlich, Nati, Nuttis, Pro, die alle auch auf den und die sind nicht mal das beste Team in Amerika. Weiß ich nicht mehr. Ich zieh dich nur auf, keine Sorge. Ich denke, ja, eventuell hätten sie wirklich Chancen auf ein Halbfinale. Ja, mal gucken. Kommt ja auch ein bisschen auf das Losflug dann an. Also, klar, du kannst da auch eine Kackgruppe erwischen und Pech haben und gegen SK, Astralis und Navi spielen in der Gruppe. Dann hast du halt die Arschschade gezogen. Aber im Endeffekt kannst du halt auch so eine gemischte Gruppe haben. Also, wenn du jetzt das gleich so bekommst, kommt echt dann auch die Mischung auch an. Aber im Endeffekt, wie gesagt, Klottenein hat gute Chancen. Das zeigen sie auch in diesem etwas einseitigen Spiel, dass sie gegen Gottsend eigentlich keine Probleme haben, hier zu bestehen. 10 zu 2. War gerade ein bisschen knapper 3 gegen 1 Klatsch, den wir ein bisschen überlabert haben. Ja, aber trotzdem, das ist halt... Schon sehr knapp und Blackwell hätte fast ein Aze gemacht. Ja, das passt schon. Da ist mal bei Klottenein stark genug. Ja, sehr schön. Gottsend schafft es trotzdem, die Runde nicht zu holen. Dann ist es auch scheißegal, ob du fast einen Klatsch schaffst. Ja, so ist das ein Counter-Strike, meine lieben Leute. Danach geht kein Hahn mehr danach. Ja, interessiert halt keinen. 10 Runden, dann kannst du noch so stark spielen, wie du willst. Die eine Runde wird keinen mehr jucken am Ende. So, auf jeden Fall, für Gottsend, man sucht immer noch eine Erlösung. Geld hat man auch. Wenn es nicht viel Equipment ist, muss es halt Richtung B gehen. Und das mit ein paar Smokes und ein paar Flashbanks. Da war diesmal Stewie 2K wieder an der Rifle und Skadoodle an der AWP. Und das ist wieder der B-Spot. Ja, Gottsend versucht wieder zurückzukehren dahin, wo sie 2 Punkte geholt haben. Aber der Plant geht nicht durch. Stewie spielt das wie ein Ninja. Und Automatic kommt von hinten. Der gützt sich das Night gegen Quint. Dafür wird er aber bestraft von Diskus-Offlin. Einer der wenigen bei Gottsend, der wirklich dagegen kämpft und alles tut. 30 HP für ihn noch. Vielleicht kann er sich da nochmal reinsliegen. Mit 37 Sekunden auf der Uhr. Er smoked erstmal den Bombspot ab, um die CTs zu verwirren. Das klappt ganz gut. Da ist der Typ-Fack gegen Schradd, aber Skadoodle ist da. Und er trifft zwar nicht mit dem Rifle und auch nicht mit der AWP, aber mit den Pistols ist Skadoodle immer drauf. Ja, ist halt wieder frech von Street-Hockey gespielt, der da oben wieder wartet. Und das ist halt so ein Fehler bei Gottsend. Das haben wir gestern auch gesehen. Das sind halt... Du hast halt kein Backup für die Bombe. Warum auch? Da endet halt kein... Da geht kein Haar nach. Das ist halt... Das ist halt nicht gut von Gottsend in der Situation. Das ist schön angespielt und so, aber dieses After-Plant-Verhalten, das ist halt Katastrophe. Jetzt ist Schneider durchgerutscht durch die A-Main. Skadoodle hat ihn, glaube ich, nicht gesehen. Da waren Support-Flashes, aber sie molligen ihn einfach wieder raus, drängen ihn zurück, nehmen den Raum wieder ein, ohne sich zu zeigen. Automatic kriegt er nach oben, kriegt den First-Frag in der Runde. Und wieder gegen 4 gegen Gottsend. Nothing macht er aus. Temporär gegen 3. Und jetzt geht das Traden los, aber... Die Out9 ist hier schon super reduziert. Keine Chance für Gottsend. Ja, ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht vom Aiming her. Was willst du da sagen? Da gibt es auch nicht viel zu analysieren. Und Gottsend kriegt hier keine Spur. Ja, ist schade für Gottsend. Ja, ein paar gute Ideen waren dabei. Ein paar knappe Runden auch. Aber grundsätzlich hatte Cloud9 noch nie wirkliche Geldprobleme. Schaut euch an, Skadoodle hat 11k, Shroud 10k. Auch wenn Nothing viel kaufen musste gerade. Da können sie ja easy noch droppen. Und ansonsten, mir fällt, wie gesagt, mir fällt mir viel vor dem Spiel nichts ein, was ich hätte sagen können, was positiv für Gottsend ist. Mir fällt auch jetzt nichts ein. Und das ist kein Wunder, weil sie 12 zu zweit sind. Ja, vielleicht ist das Disco-Doppeln irgendwas passiert. Oder Snyder auch. Ja, Snyder hat erstmal Bock aufzumachen. Dann nimmt man aber auch direkt die Flanke auseinander. Twist ist Geschichte. Und ich finde es so beeindruckend, wie Cloud9 ihre CT-Seite spielt. Ist einer der wenigen Teams. Da muss man auch mal andere Teams an die Hand nehmen und Kritik üben. Viele Teams reagieren viel zu spät auf Positionswechsel. Und Cloud9 reagiert meiner Meinung nach sehr flott drauf. Also, die suchen sich echt die... Also, sie haben schnell darauf reagiert, dass Gottsend zwei Runden geholt hat. Haben da die Position gewechselt. Und wiederum haben sie jetzt wieder die Position gewechselt, weil sie irgendwo eine Lücke erkannt haben, die genutzt wurde von Gottsend. Und tauschen wieder die Position. Also, das ist echt gut. Da können sich viele Teams eine Scheibe abschneiden. Weil viele Teams machen es erst, wenn es zu spät ist. Und Cloud9 reagiert halt direkt drauf. Man merkt, die haben halt einfach Bock, sich zu qualifizieren. Oh ja. Das wäre auch enttäuschend, wenn Cloud9 nicht weiterkommt. Gehört mit G2 höchstwahrscheinlich zu einem der beiden Top-Favoriten. Und Automatic spielt auch hier wieder perfekt. Auch wenn er den zweiten Spray ein bisschen versetzt. Oh, Skadule. Echt Switch einfach zur CZ. Damit geht wenigstens was rein. Zwei gegen zwei. Das könnte Godzins dritte Runde sein, die ihm vielleicht nochmal ein Comeback ermöglicht. Also es ist sehr wichtig, die Runde auch noch zu holen. Da ist Schneider mit seinem dritten Kill in der Runde. Und er kriegt den letzten zwar nicht, aber Gottsend hat die dritte Runde gegen Cloud9 gewonnen. Was für ein Wunder. Geil. Auf dem Mass-Bord. Geil. Im Klatsch. Geil. Richtig geil. Geil. Fett geil. Einfach nur geil. Mega geil. Drei Runden. Ja, trotzdem ist Cloud9 das bessere Team gerade hier. Da ändern auch drei Runden nichts dran. Und jetzt geht's. Weißt du, was mir noch ein bisschen Hoffnung gibt? Dass sie halt drei Runden geholt haben. Jetzt müssen sie gegen Cloud9 auf der T-Seite ran. Und da ist nix Kirschen essen. Wenn das mit dem Aiming schon so Probleme gibt, da so viele Duelle individuell halt verloren werden, werden sie auch keinen Stich jetzt sehen auf der CT-Seite. Kann ich mir nicht vorstellen. Außer sie schaffen es, dass Gadudel in der zweiten Runde schon eine AWP bekommt und dann nur noch die AWP spielt und sie immer gegen ihn anlaufen. Dann könnten sie es vielleicht schaffen. Oh, Stewie hat einen schönen Headshot bekommen. Joa, springt er einfach durch. Der geht auf Free Fire. Ja. Das hat nicht... Hä? Achso. Hä? Das habe ich... Okay, jetzt war ich gerade komplett verwirrt. Der ist durchgesprungen, sein Mate-Word geholt. Sorry. Ja. Ich dachte, er wird gestoppt. Der Switch war ganz komisch, oder? Ja. Fand ich auch. Oh, Coronax wird ja schon noch zu Automatic. Oh, da kommt nochmal ein schöner Kill von Twist in zwei gegen drei. Die Bombe ist immer noch nicht gelegt. Sollte jetzt aber gleich passieren. Und Twist hat nicht mehr genug Ammo, um Skadudel zu killen. Oh, jetzt kommt auch noch Pech dazu, dass sie vorher noch Unglück hatten. Jetzt versemmelt er wieder mit Aim. Boah. Aber auf einen Schlag sind die beiden Low-HP-Spieler down. Shroud in zwei gegen eins. Und schau dir die zwei HP an bei beiden Spielern. Ey, die können froh sein, dass sie noch einen bekommen haben, weil die hatten keine Munition mehr. Der eine hat zwei Schuss gehabt am Ende. Der andere hat einen Schuss noch in der Kammer gehabt. Sie hatten zweimal zwei HP. Es ist wohl die lowste Minimax-Runde der Welt mit minimalem... Nicht minimalem Aufwand, aber mit minimaler Ausgangslage das Maximale herausgeholt von God's End. Oh mein Gott. Muskel-Loud-Nein jetzt wechseln. Ey, er hat halt noch einen Schuss im Magazin und damit macht er den Headshot. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Da lagen aber auch genug Pistes am Spot rum. Ja, er wollte halt auf... Ach, keine Ahnung, was der vorhatte. So ein XMS ist das. Ein kleiner XMS, der liebe Trist. Cloud9 will er auf den B-Spot die Bombe legen und dann nächste Runde einen richtig schönen Full-Buy machen. Ich hoffe, dass God's End sich darauf schon vorbereitet hat. Sie stehen sehr weit hinten. Das heißt, er plant, sollte durchgehen. Und wenn sie... Wenn sie... Wenn sie... 16 AP, holt er sich zwei Kills. Pronax ist mit dabei. 3 gegen 2, 3 gegen 1. Twist is on a roll, ladies and gentlemen. Es geht los. God's End hat doch noch Lust mit dem Spiel. Ja, und das war... Hier gut von God's End gespielt. Natürlich wieder ein bisschen wackelig. Und das passt. Das passt. Also, God's End bleibt noch im Spiel drin. Jetzt muss ja mal ganz kurz... Das triggert mich ein bisschen. Was? Hier wird gesagt, es gibt kein Minimax-Prinzip im Chat. Es gibt auch kein Minimax-Prinzip. Was? Weil du mit minimalem Aufwand nie maximalen Outcomes haben kannst. Nein, stopp, stopp, stopp. Minimax-Prinzip gibt es. Das ist einer der BWL-Sachen oder einer der BWL-Regeln. Ein Minimax-Prinzip gibt es. Ja, aber den minimalen Aufwand, den maximalen Dings zu bekommen, ist nicht möglich. Weil du hast entweder das Maximale als Ziel. Und dann wendest du so viel auf, wie du eben brauchst, um das Maximale zu bekommen. Oder du hast einen minimalen Aufwand. Den du machst. Und damit erreichst du dann eben ein gewisses Ziel X. Aber das ist ja nicht so gut, wie das, was du bekommen würdest, wenn du alles aufwendest, was du hast. Deswegen Minimax an sich den Begriff gibt es. Aber nicht so, wie ich es gesagt habe. Das ist nämlich der Clou daran. Achso. Also, du kannst mit Nicht-Lernen normalerweise nicht so gut sein, wie du sein kannst, wenn du lernst. Das ist zum Beispiel ein guter Vergleich. So habe ich mein Abi verstanden. Habe ich jetzt. Sehr gut. Egal. Das ist auch extrem wichtig, dieses Thema. Super wichtig. Bitte erklärt es uns über Twitter. Mich interessiert das brennend, was ihr darüber denkt. So. Auf jeden Fall. Es geht drauf. Für Stewie. Okay. Schnell mit der AK hier vor. Einfach drüber fahren. Überlebt hier mit 1, 2 in Champagne. Aber er hat seinen Job gemacht. Und schnell hier mal einfach den Spot aufgerissen. Ja. Und damit kann man die Bombe legen. Und das ist genau das Spiel von Cloth9, was man auf der T-Seite allzu oft auf Trane sieht. Und zwar einfach einen Split ausspielen. Stewie irgendwo an der Flanke rausschicken. Zusammen mit einem Backupper. Und das war es. Und GodSend wirkt auch schon wie, muss man sagen, wie gegen Mousesports in so einer Situation überfordert. Also da kommen sie keinen Zentimeter durch. Weil sie einfach diese beiden Entries verlieren. Oder diese beiden ersten Duelle bei GodSend. Und die können halt nur safen gehen. Also sie haben genau das gleiche Problem wie gegen Mousesports. Ja. Also von nicht vielversprechend zu enttäuschend GodSends Performance hier auf dieser Welt. Fehlt nur noch, oder hätte nur noch gefehlt, dass sie alle geexit-frackt werden von Shroud oder so. Ja. Es ist eine solide Runde von Cloth9. Und GodSend halt, ja wie am Anfang schon erwähnt, genau mit diesem Problem. Und Stewie2k ist einfach, der ist einfach ein Tank, Alter. Der rennt da einfach raus, als gibt es nichts anderes. Man braucht nicht mal das Backup da von Shroud. Ja gut, Shroud hat ein bisschen mitgeholfen. So ein Schuss auf die Brust, aber ansonsten rennt halt dann mal Stewie2k raus. So, jetzt wird er ein bisschen eingedämmt. Und wir haben GodSend in einem Forceball. Das heißt, Lekro nur mit der Siegel. Und diesmal hat Snyder hier den Tank unter Kontrolle bekommen. War natürlich nur Fake. Und Nothing hier zwischen ihm zeigt er auch einen Spot drauf. So, jetzt wird Dopplan die gleiche Position hier belegen. Dopplan macht auch den Frack. Dopplan macht einen zweiten. Und dann ist auch Twist mit dem Gefängst. Und das Richtung B geht nicht auf bei Cloth9. Und da ist die Runde vorbei. Super, super, ultra wichtig. Ich glaube, ich brauche es gar nicht sagen, dass GodSend die Runde gewinnt. Hält sie zumindest vorerst noch im Spiel. Was will Cloth9 jetzt machen mit dem Geld, das sie haben? Sie können ein bisschen investieren und dann nächste Runde auf den Full Buy gehen. Oder sie investieren jetzt komplett. Bin ich nicht so der Fan. Sie sind 13 zu 6 vorne. Warum gehst du in eine Runde mit drei Smokes und drei Flashes? Brauchen wir das nicht machen. Aber sie können GodSend immer noch halb resetten. Und vielleicht deswegen dieser Force Buy, damit Cloth9 vom 14 zu 6 instant auf 16 zu 6 aufstocken kann. So, Brawnexter erfolgreich. Jetzt versuchen wir es gemeinsam wieder mit Stewie irgendwo drauf zu kommen. Skadul mit dem Trade. Also, man darf wieder die Artillerie vorschicken. Und Stewie muss wieder versuchen, den Spot aufzureißen. Drei gegen zwei. Skadul ist da zwar schon raus, aber die Bombe steht noch Richtung Olof. Und das ist Automatic und der muss aufpassen. Da steht immer noch ein Spieler Richtung. Oh, da dreht er sich perfekt um. Oh, dummes Timing. Er macht den Frag nicht gegen Sofland. Jetzt liegt es an Skadul. Die Waffe muss reloaded werden. Er hat noch vier Schuss im Magazin. Das macht er. Und da ist wieder das Timing und er wird rausgefischt. Also, diesmal zu wenig Schaden da am Vorwärtsgang und das ist die siebte Runde für Godzend. Also, sie wollen doch noch mitspielen und zeigen sich gerade in ihrem Positioning doch gut. Und ich habe sie gesagt, entweder sie müssen wieder Positioning regeln oder sie müssen halt versuchen, Popdog abzuflocken und die T-Mitte. Das sind die beiden Sachen, die irgendwie Godzend nochmal ans Spiel zurückbringen können. Mal sehen, wie sich Cloud9 in der nächsten Waffenrunde darauf einstellt. Vorhin haben sie 1A reagiert auf die ersten Runden, die Godzend gewonnen hat. Im Moment ist es natürlich auch schwerer, wie haben wir vorhin drüber geredet. Es ist eine T-T-lastige Map. Ja, und das ist dann auch warum. Wecken wir noch zwei schönen Tracks. Und der Rest sollte auch nicht sterben. Ja, Kistengang mal wieder. Ich würde gerne mehr Kistengang-Action sehen von den beiden Teams. Da kann man den A-Spot so schön unter Druck setzen. Und man muss auch nicht durch den Kistengang durchgehen. Es reicht ja auch, wenn man ein bisschen Equipment dort zieht, wenn man mal eine AWP da abstellt. Oder lass es ein Diegelspieler sein. Die CTs müssen immer ein Auge seitlich nach hinten werfen, wenn da im Kistengang was ist. Und wenn du dann noch gleichzeitig Popdog spielst, hast du sogar noch ein kleines Crossfire über den Spot. Also ich wäre ein Fan davon, wenn Cloud9 das zumindest mal anspielt, damit Godsend ein bisschen mehr Fokus da reinlegen muss. Könnte man machen, ja. Und Cloud9 mit dem Buy. Aber es fehlen ihnen ein paar Granaten. Wie ich vorhin gesagt habe, warum kaufen sie da komplett runter? Jetzt hätten sie eben eine Runde mit Full Nades, auch mit AWP, wenn sie wollen würden. So muss es eben auch wieder nur so ein Equipment-mäßiges Zusammengeschußwerung sein. Aha, es ist nicht mal so schlecht. Sie brauchen keine AWP off-training mit Skadoodle, der trifft sowieso gerade nicht richtig. Und dann lieber an die Rifle gehen. Ja, es ist halt eine bessere Alternative. Weil, wie gesagt, Skadoodle ist gerade an der AWP uneffizient. Von daher sollte man Skadoodle da an die AWP setzen. Dann lieber irgendwo versuchen, Räume einzunehmen. Und diesmal geht es Richtung KG hier vorwärts. Und das ist wieder schnell. Aber da steht Thronex bereit. Der wird direkt gerefragt. Jetzt kann Skadoodle eingreifen. Vielleicht direkt über die Flanke reinfallen. Jetzt hat Godsend ein Riesenproblem, weil Cloud9 nach und nach alle Räume Richtung A einnimmt. Und sie halt hier eigentlich Leko komplett auf dem Schirm haben. So, Shroud macht den Refrag. Skadoodle jetzt hier im 3 gegen 2 zusammen mit Shroud. Und jetzt liegt es an Skadoodle. Steward 2K schon hier rausgenommen. Grundlinie wird direkt zurückerobert. Shroud versucht hier nochmal rauszuspringen. Ja, und Skadoodle bekommt keine Eröffnung. Das ist jetzt schwer für Shroud. Weil der versuchen muss, irgendwie nochmal die Position zu wechseln. Und der nimmt eine komplette, lange Route. Ich weiß nicht, was ist das Ziel jetzt von Shroud? Sie haben noch 44 Sekunden. Versucht Skadoodle jetzt hier auf B zu kommen. Und Shroud versucht irgendwie Richtung B nochmal zu gehen. Nee, der wartet ab. Der will halt Skadoodle irgendwie den Spot aufmachen lassen. Und Shroud versucht einfach den Rücken freizuhalten. Ja, solange es ein 3 gegen 2 mit 30 Sekunden auf der Uhr ist, muss Cloud9 nicht planen. Und solange können sie sich auf dem Spot umhersneaken und schauen, ob sie vielleicht irgendwo jemanden finden, der gerade nicht vorsichtig genug ist. Aber Godzend hat sich perfekt aufgestellt. Alle mit dem Rücken zur Wand und schön in die letzten Ecken verkrochen. Jetzt kommen sie von drei verschiedenen Positionen. Und beim Retake kann das auch ganz schnell umschwingen, wenn Cloud9 die richtigen Winkel denkt. So, den Frack kann man holen. Das ist schon mal gut. Jetzt liegt es an Shroud. So, Reddit-Post ist noch nicht raus. Und den ersten macht er. Er weiß, wo der zweite ist. Jetzt weiß er auch, wo der dritte ist. Er geht auf den Frack. Schafft er nicht. Das ist Dopplern. Und ja, sie holen die Runde. Wieder Godzend-Andrücker. Sie haben jetzt auch bei Cloud9 zweimal Kistengang angespielt. Ich meinte das ehrlich gesagt anders. Mit dem Kistengang eher langsam. Ich wollte damit ja Fokus vom Spot weg. Sie rennen durch den Kistengang durch. Einfach richtig krass reingerannt in den Spot. Und dann werden sie eben von den CTs an den Ecken abgefangen. Ich wollte, dass da mal gesmoked wird, dass da mal geflasht wird. Dass einfach die CTs auch Leute da hinstellen können überhaupt wirklich. So waren sie einfach in der Grundlinie gestanden und außerhalb. Und haben sie dann eben auf dem Weg zum Spot abgefangen. Das war ein bisschen zu hastig von Cloud9. Also da kann man nochmal ein bisschen die Schrauben drehen. Ich weiß nicht. Cloud9 spielt genau das, was sie nicht machen sollen. Und zwar irgendwie mal koordiniert rausgehen. Das wirkt gerade so, als würdest du es okay irgendwo alleine rauflatschen. Das können sie besser. Das wissen sie auch, dass sie das besser können. Gefällt mir gerade gar nicht, was man da spielt bei Cloud9. Also man muss mehr auf Team spielen. Das ist zu einfach für Godzend, das über Positioning abzufangen. Und sie spielen es gut über ihr Positioning. Bei Godzend. Und das ist halt der Vorteil, den sie jetzt ausnutzen. Apropos Positioning. Zwei Spieler auf einem Haufen auf dem B-Spot bei den Schweden. Sie haben nach einer Rotation gefragt von LeCrow. Die kommt jetzt auf. Die Tech-9 von Cloud9 droppen in den Spot. Shroud kriegt zwar einen, aber seine Team-Mates werden zerlegt. Shroud kriegt nochmal einen. Nothing ist auch mit dabei. Schneider wird von Shroud niedergesprayt. Und Pronax, der Ingame-Leader, der ist noch nicht mal am Spot. Hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen als seine Mates. Hatte wahrscheinlich auch einen anderen Plan. Ist davon ausgegangen, dass vielleicht noch ein paar Team-Mates am Leben bleiben. Ja, dann heißt es ja bei Cloud9, diesmal hat das Refrag-Verhalten geklappt. Und man hat auch einen großen Afterplant. Und das passt. Endlich. Der Knoten ist geplatzt bei Cloud9. Man holt die nächste Runde. Und Cloud9 schafft es wirklich endlich mal das Positioning von Godzend hier zu überlaufen. Ja. Endlich. Das war aber auch ein bisschen, wie sagt man, tollpatschig von Godzend. Wie sie da erwischt wurden auf dem Spot. Und am Ende war eben dann Duffing und Shroud zu viel. Zwei Legenden. Der eine, eine alte Legende. Der andere eher eine Bitch-Legende. Sehr geil. Ah, geil. Oder Reddit. Ja. Ist Reddit und Twitch nicht fast das Gleiche. Ja, eigentlich schon. Los bei Reddit sind die Clips kürzer. Ja, es geht weiter. Cloud9 sammelt sich neu und versucht sich jetzt nach einer anderen Taktik erstmal Tempo rausnehmen. Zumindest ist man eine Runde näher an die 16 gekommen bei Cloud9. Das wird ihn schon mal ein bisschen glücklicher nehmen. Ja, es ist interessant. Godzend versucht halt, ja, einfach diese Räume abzublocken und da Cloud9 auch so ein bisschen in Unsicherheit zu wägen. Jetzt versuchen sie vorzugehen. Und das ist eigentlich genau das, was gegen Cloud9 immer ziemlich gut klappt, ist früh die Räume vorne dicht machen. So, jetzt gibt es hier ein Execute, zumindest den Fake und es geht Richtung B. Die Bombe ist noch meilenweit entlang. Wie ist das jetzt gleich raus und Stewie kann es weggefahren. Wieder sauber über Positioning von Godzend geregelt. Einfach in einer Linie zusammenstehen und so in der Position, dass beide das übernehmen können. Und man reagiert direkt bei Cloud9 drauf. Und zwar nutzt man das nochmal aus, faked es an und rennt über einen Poptop Richtung A. So, Bombenplant hat man, glaube ich, gesehen. Jetzt versucht Skadul hier vorzukommen und Snyder ist da bei Automatik direkt für den Quick. So, und jetzt kommt Skadul rein, der macht den 2K. Und das reicht im Endeffekt, wenn Automatik das Ganze jetzt hier ausspielt. Disco hat noch ein Kit, er hat auch noch eine Incendiary Nade und einen kleinen Flash, den er vielleicht benutzen kann im richtigen Moment. Aber Automatik spielt das natürlich korrekt. Hat gecheckt, ob er an die Fuse hängt oder nicht. Jetzt wird nochmal gefaked von Disco Dopplen. Die Zeitrand ihn davon. Boah, aber was für ein Brett. Und das könnte reichen, das reicht auch. Disco Dopplen mit einer übelst nicen Runde. Drei Kills für ihn. Und ich finde, das krönt seine Performance nochmal. Denn er war über lange Strecken einer der wenigen bei Godzend. Oder der Einzige sogar, der was gegenhalten konnte. Was zum Teufel, was von Dopplern. Das war ja einfach nur eine Schelle des Todes ins Gesicht. Und das war verschätzt von Automatik. Ich dachte auch, dass er das im Sack hat. Ja, er geht halt nochmal raus, versucht nochmal auf den Shoulderpeak zu gehen. Was in dem Fall nicht schlecht war. Weil er einfach nochmal abchecken muss, ob er wirklich defused ist. Weil es war schon knapp. Da kann man keinen Vorwurf machen, aber Dopplern einfach mit dem Todesbrett. Er musste checken, ob der defused gerade unterwegs ist. Jetzt kommen wirklich diese Force Bytes, die es Cloud9 vorhin gespielt hat, wieder zurück. Und beißen sie hinten in den Poppet. Sonst hätten sie jetzt nochmal genug Geld, um zu kaufen. So müssen es Eagles sein. Und vielleicht auch nur die ein oder andere PC50. Mit einem Plant hätte man natürlich noch einen sehr schönen Bonus für die nächste Runde. So, Bonus ist da. Ist sogar easy da. Automatik, der macht das lieber auch nochmal sicher und geht ganz langsam um die Ecke und schießt seine Schüsse alle raus, um rein zu bekommen. Ja, aber am Ende reicht es nur für diesen einen Frack gegen Pronex. Ja, 14 zu 11. Es bleibt weiterhin spannend eigentlich. Es wird spannend, dass er gesagt hat, denn es war eigentlich nie spannend. Ja, was kann Gottsend noch schaffen? Für Cloud9 geht es jetzt erstmal in die nächste Waffenrunde. Also es war eben schon wieder knapp, also die Runde davor. Wieder durch individuelle Leistung von Disco-Dopplern. Und jetzt geht es für Cloud9 um die Wurst. Also sie müssen jetzt Gas geben. Die haben noch ein bisschen Geld übrig, aber das reicht nicht zum Kaufen. Also es ist jetzt für Cloud9 eine wichtige Runde, dass Gottsend hier nicht weiter rankommt. Ja, Schneider und Lekro haben eben auch angefangen zu fraggen bei Gottsend. Das dürfen wir nicht vergessen, dass die in der ersten Halbzeit fast nichts auf den Server gebracht haben. Und dadurch hat Gottsend die nötige Firepower bekommen, die sie eigentlich auch brauchen gegen Cloud9. die sie normalerweise auch einfach zusammenrennen können. Aber durch die guten Leistungen von mittlerweile eben dreieinhalb Spielern, ich rechne da Twist noch mit rein, kann man auf jeden Fall immer wieder gut die Spots halten. Jetzt Fokus auf B bei Gottsend, bei Cloud9 aber auf A. Ja, es soll wieder Richtung A gehen. Ist interessant, wenn wir einfach wieder auf Positionen gucken bei Gottsend, man macht halt viel wieder zusammen. Und ich erwähne es nochmal, das ist halt der Vorteil von Gottsend, dass man viel über Positionen regeln muss. Nicht über die Ableistung, sondern über das Positioning. Das ist der Vorteil gegen die Amerikaner. Und den spielen sie gerade sehr, sehr gut aus. Also das Comeback ist nicht unverdient bisher. Cloud9 stark mit ihrer... Oh, das ist ein dummes Teil. Nothing muss auf die Dings wechseln, auf die AK. Und das ist halt dann dieser Vorteil, den Nothing einfach individuell hat in so einer Situation. Und... Oh, was war denn das jetzt? Ja, da war wohl die Durchschrift so nochmal ein Peak. Am Kistengang von Cloud9 auch, die erstmal noch abgesmoked sind. Aber auf dem Frag von Nothing bauen sie jetzt auf, gehen da durch. Und genau dieses meinte Spiel habe ich gemeint. Jetzt kommt die Nummer 5. Genau, perfekt gemacht von Stewie. Genau so muss man den Kistengang spielen. Jetzt kommen die Flashes und die Smokes. Das schaut auch sehr vielversprechend aus für Cloud9. Ja, und das sieht auch sehr gut aus, weil jetzt haben sie ja nicht mal die Verteilung gesprochen. Auch Gottsend da so ein bisschen Off-Guard erwischt. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Das kann die 15-Runde für Cloud9 werden. Gottsend muss sich eigentlich zurückziehen. Viel gibt es dann nicht mehr zu holen. Dann lieber die AK durchbringen und bei Twist die M4, weil viel Geld haben sie nicht. Und dann spielen sie vier Runden lang gegen das 1 zu 2, das sie dann stehen hätten. Gegen Dignitas of Overpass 16-14 gewonnen bei Gottsend und gegen Mouseboards of Train 16-11 verloren. Das wäre natürlich auch bitter, wenn sie jetzt wieder 16-11 verlieren. Nachdem sie bei Mouseboards schon angefangen haben, so ein kleines Comeback zu spielen. Was würdest du machen, wenn du Gottsend wärst? Ja, so weitermachen wie vorher. Viel über Positioning-Regeln. Zu zweit bleiben. Refrag ermöglichen. Steward-OK dadurch ausschalten, weil er halt früh vorrennt. Und ja, darüber irgendwie versuchen die Runden zu holen. Es klappt ja soweit. Sie können weiter mit dem Spielstil, wie sie es gemacht haben, eigentlich auf eine Overtime spielen. Sie müssen sich halt nur fokussieren. Und dafür haben sie nochmal genug Geld, außer Snyder. Ich glaube, der muss verzichten auf eine Waffe. Ich glaube, dafür reicht es nicht mehr ganz. Ja, sie haben ein bisschen rumgedroppt gegenseitig. Wenn er keinen Drop bekommen hat, dann hat es auf jeden Fall nicht gereicht für die Waffe. Man sieht ja auch, dass er sonst nichts gekauft hat. Was hat er denn? Der liebe Schneider. Da liegt eine AWP für jeden Tag. Sehr gut. Sind doch ganz gut ausgerüstet. Sollte Schneider mit seinem Support-Spieler ganz gut handeln können. Seine equipmentlose Position. So, und der Dudel diesmal wieder an der Rückweg. So, Skadoodle ist da auch schon ziemlich weit nach vorne gekommen. Frack kann er nicht setzen. Das heißt, er ist der Position eigentlich ziemlich eingeschränkt, da noch irgendwas zu reißen. Man versucht halt irgendwo vielleicht einen Schuss rauszubeten. Oder den Gegner da irgendwie mal, ja, in die Bredouille zu lenken, dass er da irgendwas macht. Jetzt kommt der Boost hier von Skadoodle. Ja. Und Skadoodle findet Spiel nochmal eins. Der war wichtig. Ich gewitterst du hier gegen Schneider. Damit die AWP draußen. Automatisch gibt es Backup. Jetzt kommt direkt die Contersmoke. Dass man bei Cloud9 hier nicht rauskommt oder nicht rauskommt. Aber im Endeffekt ist das hier eine Situation, die jetzt schon für Godsend halt auf der Kippe steht. Die Smoke kam zu spät. Der andere Spieler ist schon tot. Jetzt kann Pronex halt mit Positioning vielleicht die Ecke hier nochmal aufspielen und macht den Schuss. Der war wichtig. Ist natürlich jetzt in der Ecke gefangen. Das heißt, er muss versuchen, da rauszukommen. Bleibt weiter in der Ecke stehen. Zweite Flash kommt auch zu spät. Das ist nämlich ein Abhängsaufgabe hier direkt auf den Refract zu gehen. Jetzt liegt es an Twist mit der AWP und dann Dopplern. Und die beiden sind mega weit verteilt. Und die logischste Konsequenz für Cloud9 wäre es jetzt einfach, auf den A-Sport drauf zu laufen, die Bombe zu picken, einen über den Popdog zu schicken mit drei unten raus über die T-Main. Und einfach Vollgas zu geben. Aber willst du wohl Richtung B versuchen? Ja, sie gehen wohl davon aus, dass Godsend sich zu zweit auf den A-Sport gestellt hat, weil er da auf die Entry-Tracks gefallen sind. Die haben sich aber auch geteilt. Das ist super, man könnte nochmal einen Stoff zwischen die Beine von Cloud9 legen. Es war aber wieder nur ein Fake. Cloud9 spielt hier sehr GOP-B-artig. Versuchen den Gegner selber auszuhebeln. Twist hat aber noch mal einen Kill gemacht. Jetzt wird er getradet von Skatowel und das Verkommene kommt vorm Popdog. Da kriegt er ein Crack gegen Shroud. Ja, eins gegen zwei. Die Bombe kickt. Er double-flasht sich nach draußen. Versucht, jetzt den nächsten zu machen. Schießt Skatoodle an. Das reicht noch nicht für den Kills. Stewie steht in einer ganz großen Ecke für Disco-Doppling. Ja, da wird er schon angeschossen. Und jetzt können sie ihn wirklich einer nach dem anderen. Wenn sie jetzt keinen Fehler machen, sollte es das gewesen sein. Und Cloud9 schafft es über den Back und sich damit ihr nächstes Match. Und das war sehr, sehr wichtig für sie. Ihr Train mitzunehmen. Ein bisschen Schwierigkeiten, wie gesagt, auf der T-Seite gab. Aber da kann man auch sagen, das wurde gut geregelt über ihr Positioning bei Godsend. Dass man viel zusammen gemacht hat. Könnte ich jetzt ein paar Beispiele zeigen? Würde ich die auch gerne zeigen. Aber ich glaube, die können wir so nicht zeigen. Beschreib sie doch mal. Ja, zum Beispiel auf B.